So, guten Morgen Leute, okay, ich weiß nicht wie viel Luft ist, aber es ist egal, so, wir gehen jetzt irgendwo ein tolles Video zum drehen, in ein ***, hoffentlich wird's alles super und klappt alles, sonst, wir sind irgendwo, und wir wissen nicht, wie wir zu Hause kommen können, mein Name ist Erwin, müde, wir gehen jetzt ein tolles ***, wir haben viel Spaß und die nette Schaffnerin begrüßen uns bei ihren Taten, und ja, wird's schön heute, ciao. Hallo, hier ist der Istwo, direkt aus dem Zug nach Oberstaufen, Oberstaufen, und wir drehen heute in ein ***, wo ich den Namen nicht mal weiß, es geht einen schönen Berg hoch, und Erwin, seine Füße werden nass werden, weil er kaputte Schuhe hat, aber ist egal, es wird lustig, und ja, was gibt's zu sagen, ich grüße Marek Production für den Beat, und ja, das war's erstmal. Musik 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 Das ist doch einfach jetzt nur so ein Making-Off. Einfach so ein Making-Off? Weißt du, was Making-Off ist? Dass du zeigst, wie das Video gemacht ist? Machen wir ein Video jetzt? Nein! Musik 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 Musik